Hakt euch mal beim Nachbarn ein und schunkelt schön im Takt. Merkt ihr, wie euch dabei gleich die gute Laune packt. Und schunkelt! Steht jetzt auf und dreht euch nun mit ein wenig Schwung. Einmal in die eine Richtung und dann in die andere herum. Und drehen! Jetzt braucht's Geschick. Wer das nun kann, der muss sehr sportlich sein. Hebt nun einen Fuß leicht an und hüpft auf einem Bein. Und hüpfen! Musik 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 Untertitelung des ZDF, 2020